Ich finde es wäre cool, so ein paar Overlays anzeigen zu können, wie zum Beispiel, wann kommt welche Powerwaffe ab, wann spawnt die, wie viel Schilde haben gerade sämtliche Teammates, wenn man die sich seitlich anzeigen lassen könnte, so Sachen, die einen halt interessieren. Wie es bei großen Tournaments zum Teil, zum Beispiel bei Call of Duty oder ähnliches ist, wo man dann auch noch eine kleine Map irgendwie hat. Ich muss sagen, der Call of Duty Spectator Mode ist echt nicht schlecht. Nicht lang ist es her, da habe ich es noch gesagt, dass das Kino ein wenig bessere Dinge bräuchte. Speziell auch der Spectator Modus an Features nicht gerade überladen ist und schon zur HCS, die er am gestrigen Tag gestartet hat, heute ist nämlich der 19.3., möchtest du vielleicht über dieses Video aber erst am 20. live gehen, also vor zwei Tagen gestartet hat, wurde er auch schon gezeigt, der sogenannte, irgendwas mit O, Observer Mode, genau, Observer Mode. Ich denke, da war dann Overwatch, Overwatch Mode, dieses Spiel, obwohl ich es persönlich gar nicht mal so hype oder so, aber dauernd muss ich, egal. Ja, was hatte ich gesagt im letzten Video, es wäre doch so cool, wenn man im Spectator Mode mal irgendwie Sachen hätte, die auch wirklich nützlich sind, wie zum Beispiel zu sehen, wie es mit dem restlichen Team steht, was für Waffen wer gerade dabei hat und so weiter und so fort. Und tatsächlich haben sie das jetzt ja auch implementiert. Ich weiß persönlich noch gar nicht sicher, ob das auch an die Spieler rausgehen wird, also ob es auch im Spectator Modus implementiert wird, ich glaube aber schon. Und ja, es wurde eben, wie gesagt, das erste Mal jetzt vorgestellt in der HCS World Championship und sieht an sich ganz cool aus. Man hat nämlich tatsächlich relativ viel Informationen, die einem da dargeboten werden. So werden einem von sämtlichen Spielern die Schildanzeige gezeigt, aber nicht nur das, sondern auch, wie es da darum steht, wann sich die Schilde wieder aufladen. Also man hat ja immer normalerweise unten, wenn man keine vollen Schilde hat, so eine kleine Leiste, die da entlangfährt und einem signalisieren, wann sich die wieder aufladen. Und genau das Gleiche sieht man dort auch. Und nicht nur das, sondern eben auch Sekundärwaffe, Primärwaffe und Granaten, die man dabei hat. Und weiterhin sogar auch noch, falls man tot ist, wann man wieder respawnt oder der Teammate eben wieder respawnt. Und das ist alles sehr cool, kombiniert eben noch mit den Fähigkeiten, die eh schon, den Features, die eh schon im Kino waren, nämlich, dass man die Outlines aktivieren kann, um zu sehen, wo alle Leute auf der Map sind. Zusammen mit dem ist hier erstes Mal ein richtig cooles Caster-Erlebnis, was auch der World Championship hier sehr zugute gekommen ist, meines Erachtens. Und auch eben mal interessant werden könnte für den Spectator-Modus, insofern es den Weg bis dahin findet. Alles in allem bin ich eben sehr zufrieden, dadurch, dass hier wirklich so viel angezeigt wird, vor allem auch mit Live-Updates, wenn man so möchte. Also man sieht direkt, wann welcher Teammate welche Waffe ausgewählt hat und wie er sie wechselt und planen, welche Granate er ausgewählt hat oder Gegner, wenn man spectatet. Und das ist sehr cool. Das Einzige, was mir persönlich noch fehlt, ist ein bisschen mehr Informationen zu den Objectives. Also zum Beispiel wäre es cool zu wissen oder zu sehen bei Strongholds, wenn man sämtliche drei Punkte sehen könnte und ihren gerade momentanigen Capture-Star-Status. Oder zum Beispiel bei der Flagge, welche Flagge gerade in der Base ist und welche weg ist von beiden Teams. Wäre ganz lustig, insgesamt zu wissen. Vielleicht auch sogar, wer die Flagge trägt oder wer den Ball hält. Naja, man kann nicht alles haben. Das hier ist auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt voraus, weil so wie es jetzt ist, ist es eigentlich, ja, nicht wirklich cool. Der Spectator-Modus ist wirklich, ja, sehr barebones. Naja, und was mir auch noch fehlen würde, stimmt, bevor ich es vergesse, was auch noch cool wäre, wäre von den Power-Waffen, wann sie spawnen. Dass man unten so einen kleinen Timer hat, muss meines Erachtens nicht die ganze Zeit da sein kann. Vielleicht so 30 Sekunden, bevor die Waffe wieder spawnt, dass man einfach unten so einen kleinen Timer hat als Caster oder Spectator, je nachdem, was man halt gerade tut. Man sie eben das nächste Mal spawnt, damit man das Ganze halt weiß und sieht und weiß, wann sich, warum, wer, wie, wohin bewegt. Vielleicht eben auch noch irgendwas mit einer kleinen Karte, wo man sieht, wo sich gerade alle Spieler befinden in so einer Top-Down-Sicht. Aber das ist jetzt eher so eine Sache, die jetzt nicht so unbedingt super nötig sind. Speziell bei Schmiedekarten wird das dann halt eher schwieriger, weil man da halt dann nicht unbedingt immer die entsprechenden Grafiken bereit hat, um halt so eine topografische Sicht der Karte anzeigen lassen zu können. Naja, wie gesagt, bin sehr froh, dass das hier implementiert wurde. Fast wie als hätten sie mich erhört. Was natürlich nicht der Fall ist, würde höchstwahrscheinlich nicht nur von mir gefordert, weil es ziemlich offensichtlich ist, dass sowas fehlt. Naja, gut. Das war's dann schon wieder von mir. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Ah ja, ihr könnt natürlich auch noch gerne schreiben, was ihr davon haltet und was euch vielleicht noch so interessieren oder fehlen würde bei so einem Spectator-Modus. Das war's von mir. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Ciao und tschüss, sagt der Quert.